Hallo zusammen, ich bin der Roman Kapperler und ich leite die Forschung bei Belimo. Belimo, ein Schweizer Cleantech-Unternehmen mit mehr als 2000 Mitarbeitern weltweit, überall verteilt. Wir entwickeln Lösungen, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu optimieren und um die Luftqualität im Innenraum zu verbessern. Und das ohne Einbus vom Komfort. In dem, was wir machen, sind wir die Besten. Und damit das so bleibt, brauchen wir dich. Hilf uns, mit kleinen Produkten eine grosse Wirkung zu erzielen. Oder wie wir sagen, Small Devices beginnt.